Hallo, ich bin Carsten und heute gibt es eine Frau A für den Kanal Outdoor mit Billy, für Dieter und Billy und zwar habt ihr mittlerweile sogar über 180 Abonnenten und anlässlich dieser hohen oder schönen Zahl habt ihr dazu aufgerufen, euch eine VA zu drehen, um an eurem Giveaway teilzunehmen und da ihr zu meinen, ich sag mal treuesten oder mit den treuesten Zuschauern gehört, kann ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, euch auch eine VA zu drehen. Ich bin hier gerade unterwegs im Münsterland auf einer schönen Tour und ich habe da vorhin ein paar Tiere gesehen und euer Wunsch war ja, dass wir eine VA im Stile einer Billy Safari machen und dann schaut mal, was ich da vorhin gefunden habe. Ah, lieber Billy, herzlichen Glückwunsch Dieter und Billy, ihr wolltet, dass wir auf Safari gehen und Tiere suchen für euch. Also ich habe hier die weißen, langhälsigen Graszupfer jetzt entdeckt. Ganz, ganz seltene weiße Vögel und ich hoffe, sie gefallen euch. Etwas weiter da hinten, ganz schön windig, ist ein Jungtier zu sehen, das so in diesem leicht gräulichen Gefieder noch daherkommt, aber später dann auch genauso weiß wird. Und wie ihr sehen könnt, können diese langhälsigen Graszupfer auch schwimmen. Ja, hallo nochmal. Wie gesagt, wir sollten für euch eine kleine Safari machen. Ich hoffe, die Tierchen, die ich da gefunden habe, haben euch gefallen. Ihr habt einen ganz tollen Kanal. Ihr seid immer recht witzig mit dem, was ihr tut. Finde ich gut. Es lockert das alles mal so ein bisschen auf. Ich wünsche euch natürlich weiterhin alles Gute für euren Kanal und wir sehen uns auf YouTube. Tschüss. Tschüss.